Willkommen im australischen Wildlife Park, dem Zuhause der niedlichsten Tiere der Welt. Oh mein Gott, da ist Pretty Boy. Hier ist Mission Control. Wir schicken euch die Bilder von Pretty Boy hoch. Und der gefährlichsten Tiere des Outbacks. Diese Tiere sind tödlich. Hört ihr das zischen? Die geht eklig. Monster. Das ist es, was wir hier drin sind. Ich schlage vor, wir brechen heute Nacht noch aus. Ihr seid ein Haufen gruseliger Viecher. Ihr kommt keine fünf Meter weit. Du bist wirklich gemein. Aber er ist so putzig. Zieh dir nur seinen süßen kleinen Hintern an, als wäre er von Engeln gestrickt worden. Schnappt ihn euch. Versuch es ruhig. Schlangen können nicht klettern. Schlangen können klettern. Das ist einfacher. Gehen wir zurück ins Outback. Sie sind weg, Sir. Wir müssen ein paar tödliche Kreaturen jagen. Haltet euch an mir fest. Das Ruhm geht. Wo sind sie hin? Lieber Gott, lass mich nicht mit hässlichen Tieren sterben. Süß. Wie eine kleine Wolke, die mit Hass gefüllt ist. Ich weiß, es ist sehr ängstigend. Aber da draußen können wir wir selbst sein. Das Gesicht des Todes. Ich fühle mich so befreit. Bin ich an der Ente? Bin ich an Biber? Es ist unheimlich schwer, Kleidung zu bekommen. Baby, I'm a wild child. Ich werde diese Freaks fangen. Wir werden eine Armee aufstellen, wenn es sein muss. Verdammt, in die Zwiebeln. Ich habe noch nie einen hübschen Freund gehabt. Kann ich meinen Hintern mit einem Feller fischen? Ich will da raus. Sie hat mich erwischt. Oh Gott, das war meine Lippe. Aus das Fiji-Wasser. Wir haben es ausgetrunken, aber hier. Was ist das? Mein Urin. Weißt du, was das bedeutet? Du hasst mich nicht mehr. Ich bin vom Sternzeichen Steinbock. Ich hasse alle.